Hi, ich war gestern auf der Seocom-Submaschinen-Konferenz in Salzburg. Dort habe ich wieder sehr spannende Leute kennengelernt, einen kleinen Vortrag gehalten und deshalb mein Praxistipp für nächste Woche gleich, Xing. Xing.com hindert sich das effektiv zur Kontaktverwaltung und Networking, um neue Leute kennenzulernen und gute Leitgeschichte und so weiter. Gib doch mal ein Rollkontakt-Daten auf euch. Trag alle deine Kontaktdaten in Xing ein, auch die privaten, die private Adresse, Straßen, praktisch wo man sich Termine gibt. Das bedeutet nicht, dass alle Leute diese Daten sehen. Das kannst du oben rechts unter dem Knopf mehr individuell einstellen. Du musst ein einzelnes Profil aufrufen und dort kannst du bestimmen, was diese Personen im Einzelnen genau sehen kann. Das ist für mich unheimlich praktisch, weil ich benutze Xing auch als mein Adressbuch. Also ich rotiere das nicht lokal auf meinem Rechner oder in Outlook und verwalte da meine Kontakte, sondern ich habe sie immer online. Ich versuche online zu gehen und wenn ich irgendwann im Ort bin, in der Stadt oder gerade noch Zeit am Flughafen habe, dann gucke ich in Xing und versuche die Handynummer zu finden und zu gucken, ob das Termin nicht irgendwie passt. Deshalb, das ist ganz praktisch. Ich würde unbedingt immer ein ein kleines Profilfoto einbauen, weil dann hast du eine Chance, dass die Leute dich wiedererkennen, die es schon mal gesehen haben. Das ist echt viel einfacher. Du hast die Möglichkeit, die Kontakte auch zu exportieren. Das heißt, man muss nicht immer seine ganzen Visitenkarten durchgeben und dann alle Daten einzeln angeben. Das abtippen, das spart sehr viel Zeit. Außerdem schonsten du deinen CO2-Bilanz, weil du kannst gleich von vorne reinklagen, nein, ich füge dich auf Xing direkt hinzu, lass uns ein bisschen Papier sparen. Und wenn du jetzt sagst, du hast es ja einfach, du kannst ja immer rumreisen, du kannst es zwar über eine Zeit verfügen, ich kann nicht auf Konferenzen gehen, dann habe ich einen ganz guten Tipp für dich, das nennt sich Xing Umkreissuche. Mach eine Postleitzahlensuche bei dir in der Nähe. Was ist da für Internet, Online-Marketing-Firmen oder Leute, Firmen, die du vielleicht kennenlernen willst? Gib da die Postleitzahl ein und findest raus, dass es nicht weit bei dir um die Ecke geht und den schreibst du dann einfach in der Nähe und sagst, Hi, ich finde dich interessant, ich würde dich gern kennenlernen und mal zum Mittagessen einladen. Wann hast du Zeit? Natürlich sind die Leute erstmal ein bisschen überrascht, aber es funktioniert erstaunlich gut. Bist du mit, je nach Glück und Mittagstisch mit 10, 20 Euro dabei, hast wahrscheinlich ein interessantes Gespräch und wenn du dich nächstes Mal auf einem echten Rentnerkonferenz oder sowas trittst, hast du schon einen ganz anderen Stand, weil du hast dich ja schon eine Stunde besser kennengelernt. Deshalb ein letzter Tipp, ganz unten in deinem Zielprofil kannst du Internetseiten eintragen. Das kann die Adresse von deinem Blog sein, deine Amazon-Wunschliste, dein Last.fm-Profil, Facebook, Flickr etc. Gib den Leuten die Chance, dich kennenzulernen. Wenn ich mir vorab von der Person was anschauen kann, was sie für Musik hört, was sie für Bücher liest, und die vielleicht, was sie für Urlaubsfotos schon gepostet hat, dann kann ich mich auf ein Gespräch viel besser vorbereiten und dann kann ich auch viel mehr Gemeinsamkeiten finden, die ich sonst erst nach zwei Stunden im Gespräch vielleicht rauskriege. Und das schafft Rapport, Verbindung. Und das macht wichtig. Deshalb gleich heute Abend, 10 Minuten nur, oder vielleicht müsste Woche und Monat gleich im Job nochmal auf 10-Profil gucken, gucken, ob alle Daten richtig angepasst sind. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn wir da sind.